Hier läuft es, so ähnlich wie gut. Ich hätte mal bei dem ganzen Zeug, was ich hier habe... Könnte ich nochmal machen. Hier kommen auf jeden Fall noch Häuser hin, also das halte ich alles frei. Hier könnte ich... ...zumindest Klamotten machen, damit ich die nicht mehr importieren muss. Schäferei 30, also für jede Schäferei war das jetzt so, genau. 1, wie breit ist denn das? 3, ne? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Den Weg hier noch. Und natürlich richten wir das aus, wie sich das gehört. Wenn ich es richtig erkenne, wo da... ...vorn sein soll, das sieht nach hinten aus. So. 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 Und dann nehmen wir hier mal... Hm, hat aber einen Mund. Wie hast du denn damit? Das könnte auch helfen. Was führt sie zu uns? Dass du noch keine Felder hast, Monika. Wenn sie nicht für mich einstehen, wäre das eine schreckliche Kränkung. Oh Gott. Ihr nervt, ey. Ich lasse sie auflaufen, weil ich nehm's ja eh an. Aber ich wenigstens jetzt noch ein bisschen Zeit hier... ...wo ich sterbe. ...wieder in den Krieg reingezogen werde, den ich nicht möchte. So. Auf der anderen Seite. Mittig machen wir auf jeden Fall ein... ...wunderschönes Lagerhaus. ...eins. Zwei. Drei. 20 dahin. Gut. Ist zum Glück weg. Vielleicht streiche ich dich von meiner Liste. Ja, Beryl O'Mara ist doch die Fette, ne? Ist doch so klar, ey. Na gut. Achso, da ist eine Fregatte. Die könnte drauf schießen. Ähm. Oh nein. Ja, muss ich's halt um Waffensteckstand mit. Nein, aber was, ey. Ja. Dein Maul. Vielleicht geb ich gleich den... Muss ich alleine mit, äh... ...Milai Long kloppen? Da lass mich mal raus. Ich habe wichtige Handelsinteressen zu vertreten. Ähm... Gut. Das dürfte da also funktionieren. Wir gucken mal, wenn... Fertig, gerade weg, ja? Alles bereit. Die Victoria. Ja. Ja. Hat ich noch Klamotten dran? Da los. Das ist ja voll mit Klamotten. Ein großer Moment für uns alle. Ein neuer Auftrag. Okay. Okay, also pass auf. Wir nehmen... Wo ist Klee? Klee? Da. Äh... Wir nehmen das raus. Bringen noch Schnaps rüber. Packen jetzt aber schon mal Wurst ein. Und wir packen... Brot ein. Annehmen. Wo ist er? Jetzt nehme ich das hier mal raus. Tschüssi. Was denn für ein großer Moment? Haben wir endlich mal was geschafft, oder was? Oh. Äh... Expedition kehrt zurück. Nach wochenlangen Irrungen und Bührungen kehrt ihre Expedition unversehrt zurück. Sie haben ein leuchtendes Artefakt gefunden. Die Mannschaft dringt auf den Erfolg ihrer archäologischen Expedition. Mögen wir nun besser verstehen, was es heißt, Mensch zu sein. Aureus-Münze, Silberschild und goldener Kriegshelm. Eieieieiei. Na nü. Ach, und den Seitenstoff haben wir auch noch. Rüber hier. Chlepp. Schnababes. Oh, das wird hier eng mit dem Museum langsam, ne? Aber wir können ja so ein paar Schrabbeldinger. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Gewöhnlich. Das tausch mal aus. Hä? Was ist das? Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Gewöhnlich. Schild. Mach erst mal die ganzen seltenen und so. Nichts für dich, Willi. Hör mal lieber nicht auf deine Berater, sonst könnte ich wütend auf dich sein. Äh, selten. Na, guck mal an. So, hier haben wir erleuchtend das Manuskript. Pyritekristall. Und Steindingsbums. Manuskript haben wir sogar zweimal. Malte Steine. Egal. Ja, unser Museum. Piratenjagd. Weiß ich gar nicht, wo ich das möchte. Genug mit Piraten hier zu tun. Ähm. Gut. Hier läuft die Produktion des Stoffs. Schon mal. Und hier. Zing. Eisen. Ah, ich bräuchte hier noch Schiffe. Ah, guck mal. Ähm. Die Lager sind voll. Ja, Kanonen brauche ich halt im Moment echt nicht mehr. Die Eisenjungs können hier wieder schön loslegen. Schwall, äh, Stahlwert, Dude sind auch am Strugglen. Hier vielleicht mal eine Brillenfabrik schon mal anfangen. Könnte ich einen Stahlbeton bekommen, bitte? Ah, wie schön das ist, ne? So beruhigend. So, ähm. Was machen wir hier? Ähm. Hier haben wir vier Stück Ponchos, sind's garantiert nicht. Hier kann ich doch noch was mit reinnehmen, ne? Aber nicht in Pressburg, sondern... Oh, der hat auch einen Mund, wo die Kaffeein. Sehr oft, ey. Ah. Annehmen. Da ist zwar noch nichts da, aber das wird ja bald kommen. So, einmal nach dem Norden ausrichten. Äh. Achso. Ja, dieses Schiff ist gestohlen. Ja, dieses Schiff ist gestohlen. Du bist ne dumme Kuh. So, wir brauchen hier auf jeden Fall äh, noch ein bisschen Lagerplatz perspektivisch und was ich hier auf jeden Fall haben will. Kanonentürme. Eins. Stein fehlt mir. Ah, ist aber nicht so schlimm. Drei. 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 Dann sollen sie mal sehen. Ich glaub, den muss ich da noch mal ein bisschen verrücken. Aber das ist ja nicht so dramatisch. Gut. Diese Produktion haben wir. Dann können wir... ...hier hinten mal rausgehen. Könnten zur Not nämlich da noch doppeln. Dahinter. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Ja, natürlich. Scheiße. Wo ist denn die Krankheit ausgebrochen? Hier hab ich auch noch kein Krankenhaus, ne? Oder kommt das da nicht hin? Und ich komm's da nicht hin. Ich hüte besser meine Zunge. Ganz da unten, das scheiß Krankenhaus, ey. Gut, dann, äh, bauen wir ein bisschen um. Feuerwehr hier hoch. Und hier unten Krankenhaus. Wo ist es? Bei Arbeitern. Handwerker. Handwerker. Die sind nicht für zufällig losgefahren. Nee. Die brauchen noch leider. Mehr Stahlbetons-Hippo-Play. Na, siehst du. Hier hat man zwölf Stahl. Arschen. Hier geht der ganze Stahl hin. Produziere ich so wenig Stahl? Ja, es ist bald soweit. Pyrmont-Kirschenzeit. Ist immer soweit. Hervorragend. Freiwagen sind on the way. On the fly. Oh, hier haben wir einen schönen Lager. Ja, schönen Lager. Haben wir einen schönen Lager. Aber ich nehme so viele Fischer. Baut kein Mensch. Das nimmt mir nur unnötig Bauern. Für wichtige Aufgaben. Nehme ich die ja drüben weg, ne? Dann könnte ich da noch Lager erweitern. Alter, das brauchst du ja echt wie ein zweites Rektum. Kann ich auch nicht das Lagerhaus wegkloppen? Brauche ja auch keinen Mensch mehr. So, Brillen werden jetzt hier auf jeden Fall produziert. Achso. Ja, können wir schon mobilisieren. Nächster Kern. Da sind ein paar am krank Bienen. Nicht allzu viele Änderungen. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütig. Das gleicht sich alles aus. Dann veröffentlichen. Abwarten. Nein. 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 Gut. Ähm. Kommt der Betonjahr. Rück. Eisen und so. Boah, eh keine Sau. Im Moment zumindest Zement wäre nicht schlecht. Steinkau. Ey, das ist eine relativ ertragreiche Insel, ne? Gut. Ähm. Ich wollte ja eigentlich Kartoffelhöfe bauen und so. Vielleicht sollte ich die eher da hinbauen. Aber das ist ja eh nur Selbstproduktion. Gut. Schnapps. Wir haben 30, 30. Also genau das gleiche wieder. Ja. Äh. So, irgendwie, ne? Ja. Hervorragend. Da. Spielstand gespeichert. Schade. Das Lagerhaus müssen wir ausbauen. 20 Steine, das haben wir auch gleich. Dass die noch mit abdecken. Und es gar nicht so viel Panik ist auf dem Laderamm. Wäre das so frei, mir noch ein Steinchen zu schenken? Vielleicht? Vielleicht? Ein Stein? Hallo? Ein Stein? Ein Steinchen? Ein ganz kleines vielleicht? Oh Leute. Dudes. Was? Frong? Da war ein Stein, ich hab sie gesehen. Na bitte. So. Dann dürfte das das eigentlich abdecken. Naja, und? Ich packe jetzt hier noch ein paar Steine hin. Das nervt nämlich auf die Art und Weise macht das nämlich keinen Spaß. Hier auch noch zu weit weg von irgendwas zum Einlagern. Oh, ich kann ausbauen. Guck mal. Ach, die braucht Strom, die Bude. Unbedingt. Zu 100 Millionen Prozent. Ich müsste dann ja groß ist ärgerlich. Wie groß ist denn dieses wunderschöne Gebäude, das sich Kraftwerk nennt? Ach so. Die Epidemie wurde besiegt. Das ist doch easy. Die brauche ich doch gerne. Ich brauche doch hier nicht diese An... Die Waffenruhe wurde beendet. Diese Anzahl an Lagerhäusern, oder? Wenn, dann bauen wir das mal so hin. Hallo? Wollte ich eigentlich schnappen, du kleines Schweinchen. So. Elektrizität mit 25 Streitbeton. Dann kann ich ja vielleicht hier dann das hinsetzen. So. Und dafür... So. Guck mal, wie schön, wie sie es verbindet, ne? Das kommt dann ja irgendwann sowieso ganz weg. Das können wir eigentlich jetzt schon wegmachen. Verbart uns übelzarte Arbeitskraft. So. Wie sieht es hier unten aus? Ich brauche ja noch eine zweite Schnapsbrennerei, ne? Muss ich es mal wahrscheinlich ein bisschen unästhetisch machen. so. Ich liebe hier hinten noch Schafe und hier noch Kartoffelfeller. Ähm. Ja, aber doch nicht hier. Wenn dann hier irgendwie... Jetzt da oben nicht... Äh, bitte. Sind wir denn hier? Guck mal, hier ist sogar schon eine Straße. Seegeschifft werfts. Bums, Junge. Zufrieden, Monika. Dass wir jetzt wieder Segelschiffe haben, statt vernünftigen Sachen. Hm. Jetzt ein bisschen bauen erstmal dahin, um dann zu gucken, wie das mit den Schienen funktioniert, ob das ransetzen kann. Hierbei brauche ich 25 Stahlbeton und die produzieren hier offensichtlich die sehr, sehr langsam. Stein und Zement. Äh, Stahl... Äh, Eisen und Zement. Was sagen denn die Zementsäcke eigentlich? Ja, immer noch krass viel, ey. Fenstone, Fenstone, Stahl. Fenstone, Stahl. Fenstone, Stahl. Koppelt hier mal die Produktion an, hier, nichts nützigen Faulpelze. So, was machen wir hier eigentlich? Oh, anderthalb plus, sehr schön. Machen wir hier. Bisschen Minus. Machen wir hier. Ja, viel Minus und ich verstehe immer noch nicht, warum. Ähm. Hier hauen wir mittlerweile richtig hart rein. Schon wieder 19 Jahre schon wieder zurückverkauft, oder? Nee. Die ist ja eh sauer auf uns, da können wir eigentlich auch richtig in die Pollen gehen. Das werden wir noch sehen am Ende des Tages. Monika. Willi? Zu wenig Einfluss. Ah, schade. So. Dann bauen wir das nämlich mal um. Eins. Drei. Drei. Weg. Weg. Da nehme ich noch die Kartoffelputzen hin. Und die, äh, anderen waren da. Äh. Das passt nicht. So. So war's nicht. Wie viel sind denn das? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Drei. Sechs. Eins. 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 Ich hoffe, ihr seht's mir nach, dass ich vielleicht nicht mehr ganz so pedantisch baue. Da kommt vielleicht sogar noch eine Destille hin. Das heißt, wir können hier hin. Äußerst verheißungsvolle Taten liegen auf dem Tisch. Hm. Vielleicht ehrlich, gleich auch noch was ganz anderes auf dem Tisch, mein Freund. Und zwar der Lachs. Eins. Nicht mehr. Müssen ja auch nicht direkt da sein. Würde ich vielleicht gerne noch ein paar Schäfer heute nehmen wollen. Hm. Geht denn hier hinten noch der Weg hernieder? Jawohl. So, hier könnte man fast noch eine Kartoffel, aber hier passt keine mehr hin. Das heißt, wenn wir jetzt vier Dinger haben und brauchen noch zwei. So. Effizient ist, wenn man trotzdem nichts bauen kann. Hervorragend. Und dann schließe ich das zumindest rüber, dass das ein bisschen ästhetischer aussieht. So. Da vier noch zwei. Muahaha. Okay. So. Und die Steine mal wieder. So, wir haben mal drei Stück. Eigentlich bräuchte ich noch einen. Hm. Das nimmt ihm dann die Effizienz weg, leider. Hier hinten ist es wieder schmal. Dann machen wir es hierher. So, das heißt, ich kann auch... Mann, die lädt mir gar nicht mehr ab. Oder? Kommt die hier raus, oder ist das voll? Ich schnapp's das voll, ey. Komm mal raus, ja. Und... Den Schnappab ist weg. Woher kommen wir dann noch hierher? Bier später, oder? Ah, nee. Hätte mir gut gefallen. Hier kommen die ganzen Arbeitskräfte. Warum auch immer, weil im Prinzip ist hier kaum Industrie. Außer das da. So, Schnaps, Klamotten, Holz haben wir hier alles. Das heißt, wir haben den ganzen Rest. Hier, zum Beispiel für Fleisch und Paprika. Kann man richtig schön Fleisch und Paprika machen. Und das dann alles hier rüberfahren. Oh, war das eine Wunderjunkung. Und hier gibt's einfach nur noch Fleisch und Paprika. Den ganzen Tag. Überall. Ah, traurig. So. Hierher. Achso, warte mal. Haben die die Krankheit eingedämmt? Ja. 25 Fenster. Da sehen wir noch einige. Hier. Hier kann man noch das letzte Zinnwerk. Zehn Fenster. Alles, was macht man hier? Der prächtige... Der prächtige Alk. Der lädt hier mal richtig schön Fenster ein. Bringt dann mal schön als Kriegsschiff Fenster rüber. In diese seltsame Veranstaltung, die sich Plunzendorf nennt. Hier man die Kriegsschiffe werft. Öh. Keine Segel. Mhm. Das ist auch besser für die Menschen. Das ist in der neuen Welt. Okay. Bier, Fisch. Und Segel. Einnehmen. Geht das überhaupt? Brigatten sind das. Also geht das gar nicht. Aber das wäre ja schade. Ähm. Fisch. Fisch. Auch eine Brigatte. Na, die ist auch gar nicht geladen, weil das Lager ist leer. Dann nehmen wir das mal raus. Und packen hier dafür... Nee. Wir packen hier dafür Segel ein. Wird's ja auch entladen, du... Nap. Ähm. Jum, 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 jum. So, wir kriegen hier ein bisschen Stein. Ich würde das gerne nämlich noch ausbauen. Ein paar Jahre 20 Stück. Pfiuh. Hä? Aber jetzt kommt zu wenig. Wie geht denn sowas? Muss man... Also, was ist denn Jens, Lars? Wo gibt's denn Sofas? Wenn wir hier eins kennen, dann sind's Bauern. Aber... Aber... Auf ganz hohem Niveau. So easy. Na, der arthritische Finger hat wieder schön geklippert. Okay. So. Jetzt dürfte er dann das Problem mit den Bauern... Oder... Äh, das Problem ohne die Bauern geben. Wenn die Dudes hier reinziehen. Ach, Arbeiter. Oh. Na, Arbeiter ist so easy. Können wir hier einfach... So, gucken wir mal. Hm. Jetzt ran mit dem Arbeiter. Das kriegst du schon hier. Jawohl. Knack, knack, knack. So. Ich bin ein Idiot. Ne, gut, aber da sollte ja... Das sollte ja alles möglich sein. Und ja, eigentlich Eisen geht runter. Oh, ich muss irgendwie Eisen importieren hierher. Spielstand gespeichert. Ah, warte mal. Ich hatte ja irgendwo diese komischen Bleche mit drin, ne? Die kann ich da jetzt bestimmt noch rausnehmen. Die sind doch eh leer. Genau. Hm. Was können wir hier in Pressburg noch einladen, was die drüben nutzen würde? Da haben wir ja die... Ja, da haben wir ja alle schon da drüben. Ah, Zement, guck mal. Machen wir das gleiche Spiel nochmal. Äh. Automatik. Oh, das war easy, oder was? Checker bieten, wahrscheinlich. Vielleicht gebe ich gleich den Straßenkindern ihren Anteil. Genau. Aufgabe bitten, okay. Verträge. Ich möchte mit dir handeln, du aggressives Miststück. Ähm, nahezu sicher. Naja. Aufgabe bitten. Bietet Ihnen eine Abschlussaufgabe. Okay, ich gebe dir eine Chance. Vermasse. Gerne. Beruhig dich. Worum geht's denn? Was soll ich denn machen, Monika? Verstören Sie eine... Oh. Oh, easy. Feindliches Ziel erfasst. Wo ist denn hier eins? Ah. Flotte bereit zum Feiern. Uh, das ist ganz unten. Uh, ist das ganz unten. Oh, ich habe eine Hegelstandzeit. Das ist ja easy. Neue Befehle? So, der prächtige Alk. Der fährt mal zurück nach Pressburg, um sich vorzubereiten auf die Nähe. Nächste Reise, die er aus... angehen wird. So, jetzt haben wir da Schnapsproduktion. Das läuft. Genau, das Schnaps haben wir schön. Wir können hier... raus... Mindestlagerbestand, äh... 50... Das Neue, ne? Mit dem letzten neuen Update. Das ist hervorragend. So, hat das jetzt funktioniert? Jawohl. Gut. Scheiß schön raus. Glas würde ich ungern machen. Das halt so Rohmaterial ist. Gut, ich bräuchte... Verzeihung. Ich bräuchte... Uh, warte mal. Ich muss hier einfach... Steine hinlagern. Fahr doch mal ran. Jetzt... Steine im Sack und bewegt sich kaum. Dann nehmen wir erstmal die Türmchen fertig. Dann sind wir hier auch auf der sicheren Seite. Und da haben wir dann trotzdem immer noch genug Steine, um hier mal Steinstraßen auszubauen. Brücke noch nicht unbedingt. Die kostet nämlich relativ viel. Hier, um auch mal die... Effizienz ein bisschen zu steigern. So. Aber hier... Ich glaube, auf der Stufe reicht das erstmal. Das hat eh nur so wenig. Aber hier ist zum Beispiel... Noch nix los. Ohne Moos nix los. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. So. Dann spare ich mir nämlich mehr Gebäude, weil die natürlich eine viel höhere Reichweite haben, die da sind. Hörst du mal auf, hier meine Doppelkanne wegzudrängen? Du Spinner. Hier kommen ja Personen hin. Hier machen wir so. Ich pflaster jetzt hier erstmal Schneidehaut. Mit Bauern. Seinen Stein frisst die Straßen, das weiß man gar nicht mehr, wenn man nur so noch ein paar einzelne Sträßchen sonst irgendwo verbessern muss. Aber holler die Waldfee, aber eigentlich habe ich doch hier noch Platz, oder? Was, was fahren wir denn hier? Ja, guck mal. Hier ist doch ein Klipper. Du kannst hier in Pressburg nämlich noch Steine einladen. Schiff unter Beschuss. Ausladen. Nimm. Nimm. Das ist easy, oder? Nur noch die Fregatte wegmachen. Easy. Was macht denn die hier? Die machen aber heute nur Hopfen. Hervorragend. Los jetzt. Schnappt's euch. Tiger. Hier wartet eigentlich keiner. Das ist okay. Haben wir jetzt hier mal immer noch nicht genug Stahl. Gut. Dann machen wir hier schön Rinderform hin bis zum Abwinken. Wer ist he? Wer ist he? Kommt mal alle her, ja? Steife Brise, du. Kannst sagen, jetzt mal haben wir die Auffahrt, ja. Knallklappe. So. Hier. Wöbel dich, sonst knallt es, Junge. Ach so, ja. Ich wollte ja hier mal gucken, ob ich eine neue Expedition mache. Archäologische. Warte, erstmal per Rad. Schiff zu weisen. Prächtige Alp. So, wir hatten Schnaps dabei. Kampfkraft. Wachtmeister. Und, äh, falls mal getroffen wären, hier am Teambreder. Expedition. Wie in Wabmeiner. So, der prächtige Alp. Unser hervorragendes Kriegsschiff. Guckt euch mal an, was hier so los ist. Ach, das ist ja wunderschön. Ach so. Sturmleitung verlaufen entlang der Straße. Elektrizität würde produzierte Gebäude steigern und die Lebensstil ihrer Einwohner verändern. Nicht wohlhaben werden ein Gehandeltungsverlangen. Außerdem werden einige Produktionsgebäude ohne. Okay. Das habe ich verstanden. Sehr schön, die Schien gehen rein. Öl. Stromausfall. Ach, das geht automatisch an allen Straßen lang. Also, zumindest entsprechend der Reichweite. Das ist ja cool. Aber hier. Prachtschiff. Prachtplätze 6. Alter, Alter. Aber hier. Schlachtkreuzer. Schiff nicht freieschalten. Die Monitor. Okay. Öltanker. Das hätte ich halt gern. Aber da bräuchte Dampfmaschinen. Dafür auch. Und Geschütze. Hm. Da muss wohl erst Plunsendorf noch ein bisschen umarbeiten. Dann mache ich mal ein kleines Aufnahmepäuschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Das war's. Ich bin's in der Mitte. Ich bin's in der Mitte. Tschüss. Ich bin's in der Mitte. Das war's.